Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Snakebite-Update-Video. Es ist jetzt genau zwei Wochen her, dass ich diese Snakebites bekommen habe. Vielleicht habt ihr ja schon mein erstes Vlog dazu gesehen. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich da immer so ein bisschen euch auf dem Laufenden halte, wie es jetzt aussieht. Und ja, wie man sieht, schauen die noch nicht so wirklich raus, die Stäbe. Außer ich mache halt irgendwelche komischen Dinge mit meinem Mund oder so, wenn ich es zum Beispiel so mache. Wenn ich es so mache, sieht man jetzt vielleicht auch, dass sie schon rausschauen. Und ich war letzte Woche am Montag schon beim Piercer und da hatte er mir noch gesagt, dass meine Unterlippe halt geschwollen ist und dass ich deswegen einfach wiederkommen soll, wenn das nicht mehr so ist. Ja, ich bin mir jetzt total unsicher, ob meine Lippe noch geschwollen ist oder nicht, weil es mich einfach wundert, dass die Stäbe noch nicht rausschauen. Das würde ja theoretisch bedeuten, dass meine Lippe noch geschwollen ist, sofern der Piercer eben die Stäbe in Überlänge gelassen hat, was ja eigentlich so der Standard ist. Also die Stäbe werden ja normalerweise eigentlich für die Lippe viel zu groß gelassen, damit die Lippe halt Platz hat, anzuschwellen. Und ja, ich weiß nicht, was ihr davon denkt, ob meine Lippe noch geschwollen ist. Also ich bin mir, also ich habe überhaupt keine Ahnung, weil es ist halt so, man ist das einfach, man gewöhnt sich einfach daran, wie das dann aussieht und dann kann man das eben dann selber gar nicht mehr einschätzen. Das ist eine ziemlich interessante Erfahrung. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob da noch irgendwas geschwollen ist. Und ja, aber ich weiß auch nicht, ob man da irgendwas kürzen kann, wenn die eben so jetzt nicht rausschauen, sondern nur, wenn ich halt, also wenn ich irgendwie komisch lächle oder so, so, in der Art, dann gucken die halt auch raus. Ich weiß nicht, ob ein paar von euch, vielleicht haben ein paar Leute von euch ja schon Snakebats. Ist das bei euch normal, dass sie so extrem rausschauen, wenn ihr irgendwie lächelt oder neugere Masse zieht? Oder sind die dann bei euch immer noch irgendwie so genau an der Haut sozusagen? Ich bin mir, wie gesagt, total unsicher. Ja, ich hatte euch ja letzte Woche auch erzählt, dass ich überhaupt kein Eiter oder sowas hatte. Also, dass es überhaupt nicht entzündet war. Jetzt, mittlerweile, habe ich das so ein bisschen gesehen, dass sich um die Einstichstellen halt so manchmal so eine ganz kleine, ja, so ein ganz kleiner Eiterring sozusagen bildet. Und das auch ganz selten manchmal, was da rauskommt, wenn ich das desinfiziere oder so, weil es dann ja ein bisschen feuchter wird und so und dann, ja. Aber, also, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie schlimm entzündet ist oder so. Ich kann mir mal ein bisschen näher rangehen. So. Ja, also, ich finde, das sieht jetzt eigentlich nicht so schlimm aus. Ähm, ja. Ähm, das war's eigentlich auch schon mit meinem kleinen Update. Das nächste werde ich dann machen, wenn ich mal wieder beim Piercer war und von ihm dann mehr erfahren habe. Aber, wie gesagt, ich bin mir noch total unsicher, wann ich jetzt da überhaupt hingehen soll, weil ich nicht weiß, woran ich jetzt erkennen soll, ob meine Snakebats schon abgeschwollen sind, also die, ob meine Unterlippe schon abgeschwollen ist oder nicht. Ähm, deswegen würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mir da eure Meinung wieder mal dazu sagt, weil, ähm, ja, vielleicht sieht das für euch ja total geschwollen aus. Ähm, ähm, äh, schreibt es mir einfach in die Kommentarbox, würde mich sehr freuen. Übrigens nicht wundern, dass ich da, ähm, so eine kaputte Lippe habe. Das ist auch irgendwie von den Snakebats, weil ich da irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, ich, äh, hab das jetzt erstmal versucht, meine Lippen total, also überhaupt nicht zu pflegen und so, weil ich mir nicht sicher war, äh, was da jetzt, ob das vielleicht schlecht ist, wenn ich da Labello auf die Lippen tue, wegen dem Piercing. Und, ja, deswegen sehen die jetzt so aus, wie sie aussehen. Aber egal. Ähm, ja, also danke fürs Zuschauen dann. Ähm, das nächste Vlog wird folgen. In unbekannter Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!